Willkommen zur Spielvorstellung von Kami Sado, einem rundenbasierten, symmetrischen, abstrakten und zufallslosen Strategiespiel mit vollkommener Information. Die Vorstellung gliedert sich in benötigtes Spielmaterial, dem Spielaufbau, dem Spielziel, dem Spielablauf sowie dem Spielende. Kami Sado wird auf dem abgebildeten, 8x8 Felder großen Spielbrett gespielt. Es werden 8 schwarze und 8 weiße Spielfiguren benötigt. Das Spielbrett wird zwischen die zwei Spieler gelegt und die Spielfiguren wie in der abgebildeten Grundaufstellung auf die ihnen farblich zugehörigen Felder positioniert. Ziel des Spiels ist es, eine eigene Spielfigur auf die gegnerische Grundlinie zu ziehen. In extrem seltenen Fällen kann auch durch eine völlige Blockade gewonnen bzw. verloren werden. Hier ein konstruiertes Beispiel. Damit lässt sich Kami Sado in den Spielkategorien, rein vom Spielziel, den Zielarealspielen, aber auch den Blockadespielen zuordnen. Schwarz beginnt. Anschließend wechseln sich die Spieler ab. Freiwilliges Passen, also bei der Bewegung Aussetzen, ist nicht erlaubt. Gespielt wird ausschließlich auf den Spielfeldflächen. Die Spieler ziehen je eine eigene Spielfigur in gerader Richtung beliebig weit, vertikal oder diagonal nach vorn Richtung gegnerischer Grundlinie. Der aktive Spieler muss dabei die Figur bewegen, welche der Farbe des Zielfeldes entspricht, auf dem der Gegner seinen Zug zuvor beendete. Sowohl die passierten Spielfelder als auch das Zielfeld dürfen nicht besetzt sein. Ist die Figur, die gezogen werden muss, blockiert, muss der Spieler aussetzen und der Gegner ist erneut am Zug. Dieser muss die Figur bewegen, deren Farbe dem Spielfeld entspricht, auf dem sich die blockierte, gegnerische Figur befindet. Das Spiel endet, sobald ein Spieler eine eigene Spielfigur auf die gegnerische Grundlinie bewegt. Dieser Spieler gewinnt das Spiel. Das Spiel endet ebenfalls, falls beide Spieler komplett blockiert sind. Es verliert der Spieler, welcher als letztes eine Figur bewegen konnte. Das Spiel endet ebenfalls, falls beide Spieler komplett blockiert sind. Vielen Dank für Ihr Interesse. Schauen Sie auch gern bei weiteren Spielvorstellungen vorbei. . . . . . Untertitelung des ZDF, 2020